Hallo, ich bin ein Reporter der Zeitung und habe gehört, dass Sie einen neuen Computerchip entwickelt haben. Könnten Sie uns ein paar Fragen dazu beantworten? Ja, natürlich. Wir werden Ihnen ein paar Fragen beantworten. Hallo erstmal. Wir sind die Vertreter der Öko-Gruppe Animes Gas und haben einen coolen Computerchip entwickelt, den wir euch gleich vorstellen werden. Okay, was ist denn Ihre Frage? Danke sehr. Ich würde mich interessieren, wie der Chip angewendet und für das Gehirn zugänglich gemacht wird. Also der Computerchip ist klein und kompakt und er wird an die Schläfe angesetzt. Ja, ja. Und so kann das Gehirn auf den Minicomputer zugreifen. Okay. Und so funktioniert unser Computerchip. Okay, so funktioniert das. Danke für das Interview. Bitte sehr.